Zwei Liebespleiten, Finn Lukaskunz keine neue Freundin Finn Lukaskunz braucht offenbar keine Frau, um glücklich zu sein. Der Lüneburger hatte im Frühjahr 2021 bei Lef Island nach der großen Liebe gesucht. Nach der Show kam er zwar mit seiner Mitstreiterin Greta Engelfried zusammen, ihre Beziehung war aber nicht von langer Dauer. Das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. Danach versuchte Finn sein Glück bei Teilnehmerin Emilia Wirsching. Doch auch diese Bindung war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Jetzt hat er scheinbar keine Lust mehr aufs Daten. In seiner Instagram-Story verriet der Influencer, dass er Altinger momentan sehr zufrieden sei. Mir geht es so gut derzeit. Ich bin so happy mit mir selbst und habe mir wieder so ein starkes Minzeet aufbauen können. Dass ich einfach glücklich mit mir und meinem Umfeld bin. Deshalb schaue er sich gerade auch nicht aktiv nach einer neuen Partnerin um, ich glaube. Auf die Suche gehen ist schon der erste große Fehler. Darüber hinaus kam Finn auf das Verhältnis zu seiner Ex-Freundin zu sprechen. Zu Greta habe er momentan keinen Kontakt. Aber es herrscht kein böses Blut, betonte das Nordlicht. Vor wenigen Wochen hatte er verraten, dass er ab und zu an ihre gemeinsame Zeit bei Lef Island zurückdenkt, jedoch nicht an ihre Beziehung.